wie 3 3 und sie war vor und danach war es kommt das Domination mit den gleichen im einnehmen Mama aber man nicht nur den kleinen Schild noch mal den großen Schritt ich habe auch keine machen oder was naja jeden Fall neulich wo mit dem Anwenden Armut ist ein bisschen Loll ich glaube nicht die Flinte rein er hat für 16 ist Armut Kitzel der Kanzler des Matches er hat ihn das mit Armut gemacht und das ist ganz okay er ist eine Idee welch stark dafür dazu haben sie nicht aber da bitte nicht Albrecht aber das ist so schön das ist so schlur aber er aber nicht auf die Wettbewerber schon mal gespielt das einfach mal raus und kurz ja das ist echt ein Kotzen das erbandert der Räume sieben auch glaubt der Winter kommt es schneit wir müssen nach spielen wieso steht da scheiße im Chat wer hat scheiße eingeschickt wer hat da in den Chat geschissen mann ja tut mir leid mann ich lass es nicht so mal ok alles klar Double Kill mich in die Wand scheißen der Explosator macht gar nix der dünnschieß er kommt um die Ecke ähm du ähm Jonas gibst du mir nachher mal oder beziehungsweise ja kann er nach der Aufnahme mal die Links zu den ganzen anderen Leuten die aufgenommen haben du bist witzig kenne ich die alle selber ja pff die Youtube Kanäle doch wenigstens da musst du wenigstens mal sehen wie das von der anderen oder wie aus dem anderen Team so aussah ja ja doch kann ich dir sagen du meinst du von den Leuten die aufgenommen haben ja natürlich also ja ja das kann ich sicher ich weiß gar nicht wie wir das hochladen ob wir da muss ja ganz schnell gecuttet werden dann lade ich das direkt diese Nacht hoch ganz schnell gecuttet werden uaah lalalalalalalalalalal Hallo Jonas von hinter dir nö mann das wird wieder Moritz das wird wieder so ne Stelle lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal oh mann ja okay das er das er ich glaube er will einfach nur auf Youtube kommen mit sowas ja obwohl so ein scheiß wer ist ausgeteilt äh ich war sorry nein das kann nicht sein das ist der andere aber ich war es stark ja der muss sich jetzt wieder reinmussen ne äh blisado oder so der komplett ausgeteilt äh keine Ahnung ich bin auch drin ja ja ok computer wie viele Leute brauchen wir um Nubschrauber zu fliegen warum eigentlich ein der Piloten nein zwei einen der Hupt und einen der Schraub oh mann äh ich wollte mal so Ultrasparfels loslassen oh der sah aber doch so geil das sind Italiener anwählen nö Italiener egal warum machen Italiener immer beim Fußball spielen nein weil die so klein sind dass das Graschen am Sack hier ha 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 so weil der Wissler nicht auf ne andere Romantnation bezogen äh äh weiter einfach mal in China relativ sauber ist weil die äh alle gäbe Säcke haben ach oh man ey haben oder sind zimmer und ein Geld mit der Karbenten neuer ält unser Jaa 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 naja ja 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 man könnte es aber sagen weil es alles gelbe Säcke sind also das wäre dann werden wenn er natürlich so ein bisschen mehr obwohl es ist wer kommt auf die gleiche auf die gleiche gemeinheit raus kürze sieben gehe 0 zu 8 wenn ich bitten darf kann was es ist unser ding meint vor allen Dingen gar nicht ich hab das erste mal mit der Masse von wem denn fängt er mit der Scheibe wieder an alter kick ihn find das nicht nett lenkt ab I don't find that we're in it hat er nichts anderes zu tun der muss das spielen oder hat er auch so eine scheiß gd das nehmen aber vorbei guck mal die anderen alle an ja alter wo ist eigentlich explizit der müsste doch eigentlich mal dem team irgendwie join muss sein computer jetzt wieder hochfahren oder mit seiner mutterin dass er länger darf ich glaub das wird er nicht gerne ich weiß gar nicht wie alte sind die eigentlich so oh keine ahnung ich glaub da wird von allem bisschen was dabei sein ach du scheiße noch die mecken soll ich mal gleich teamkill anmachen und auf hardcore stehen neoplex rastet aus scheiße ich hab's eh vergessen sowas begrüß ich ja immer sehr so leute wie neoplex let's flame together ne 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 unterste schublade sowas einfach vious ne let's hang together let's hang together lass mal gunmaster ohne knife machen wer sind bei denen der beste x-ray wer sonst Ich stupps jetzt die ganze neoplexe an ne ich glaub das macht einen das ist einfach nur atomspiralen mäßig dann D, mss nicht seon jetzt hast du gerade gegent du hast gerade gegent wer? ich? nein nö warum? ja weil ich gerade gähnen musste und es sich irgendwie so angehört hat keine Ahnung aus Reflex okay ja weiß nicht worauf das basiert dass das irgendwie ein Zeichen ansteckend ist das habe ich immer noch nicht ganz gerafft Töte Spaten Mann das ist doch ganz einfach wenn eine andere Lotte gewinnt ist, du doch auch ein Lotto gewinnen also du bist das gleiche HBR, wenn er gehen willst du auch gehen ja was bringt mir das jetzt mit mir doch kein Vorteil oder doch Jeden tut man auch nicht, wenn man mir das gehen tut man, wenn man Sauerstoffmangel hat ist das nicht weit von, verbreitetes ähm Zeit, weit verbreitet ein Mythos ja dass mit dem Mann wieder sind dann wieder, das war mal Sauerstoffmangel, ich glaub das stimmt aber auch nicht hallo, ein Herfall für Gang-Leo-Mystery wunderlich steht er in der Reise Tewitz der muss noch ziehen mit einem Kloppen Prozent Lumi Sterling heute wieder mit Armin Abdallah am anhand es geht ab und hei 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 Joon Alter ich kriege die Verstand los Schülern Lass mich mal durch Hallo ich bin Arzt ich wollte gerade sagen, hallo ich bin da Arzt das kommt am Fliegen, Mann ok du kommst erst recht nicht durch Neoplexy, der rage, rage boy ach, das ist der, der nicht die ganze Zeit anstupst ich stupst ihn die ganze Zeit, hey, was geht denn? man kann auch ohnehin halt anstupsen, sofern du das weißt das geht nämlich ein bisschen schneller, sofern du auch noch nicht nerven willst hätten sie ja nicht wenigstens die Mecknam nehmen können mit dem Visier drauf das wäre, keine Ahnung, das wäre ziemlich scheiße die Mecknam ist eh die geschallgedämpfte die von den DICE-Mitarbeitern geht ab die haben eine schallgedämpfte? ja, ja, die haben eine schallgedämpfte im Aknum und, äh, äh, Hilfe bei Kill ja, Mann, das glaub ich noch drauf yo da mir vor mir, ich kann mich gar nicht entscheiden Alter, Worts ist voll Oberpro hier, der Superpro ähm, ja, ich könnte jetzt arrogant sein, aber ich sag einfach mal ich hab einfach jetzt, ähm, ich spiel jetzt einfach normal aus so kleineren Metz bin ich sowieso besser ja, du kannst ja auch nicht deine eigene Waffe raussuchen aber wo läuft denn der hin? Wo laufen sie denn? in der Face ja, Marc, Alter, ich ja, Marc, Alter, ich Alter, ich bin grad sowas von am abkacken, Alter, ich muss hier mal, glaub ich, Fenster aufmachen ja, mach mal an, mach mal an, mach mal an einfach so, okay, Messer-Aim-Bot an äh, Instant Kill, ne? Telekill ach, bist du jetzt schon beim Messer? ey, ich hab das Messer einfach in die Hand genommen ach so, mach ich auch hipster boah, Mann, ich weiß nicht, ich find, ich find die ganzen, ähm ich mach ja irgendwann Rap-Limit darauf in Gunmaster läuft keine MK3-A1 dann wird die der eigentlich gekriegt keine MP443 das wär mir das wär mir oh shit, da kam ein paar nicht mehr zu viel ich hab die falsche Tarnung, man kann die Tarnung nicht wechseln, ich find ich dumm ja, ich muss einfach ein Spiel vorher einfach einen anderen Charakter die Tarnung wechseln, dann geht das ich krieg Comeback-Punkt, Alter, wie los das denn? was ich ja bis hin immer noch am lustigen finde, ist diese, ähm Dingens diesen weißen Skin-Ride CSS hab ich auch irgendwie nie verstanden, wer den nutzen will ich? auf der Alarm-Party? echt? wenn wir gegen Bots spielen oh, gegen Bots, sehr langweilig ich spiel' ich gegen Bots, wirklich said you lost wer ist Baron Baden-Powell? Scheiße was ist eigentlich nur mit Corny? weiß ich nicht der trinkt bestimmt nen Korn oh, jo, mann X-Ray der ist einfach zu krass jetzt muss ich ihn anstupsen der nicht gewinnt ja, dass er gewinnen wird, das ist mit mir relativ klar oder das kann uns auch relativ klar sein, weil der Typ ist einfach krass, aber leck mich doch fett, ey weiß im G dieser ist einer runtergefallen ja, ich lol F-Bars Bars, wir brauchen mehr Bars was geht, alter Bars, Bars, wir brauchen Bars doppelt so viel Bars mal sehen, wann ähm was geht, Smaug nehm hehehe hab ihn jetzt mindestens schon 20 mal angestockt Ho-la-la-la-la-la Ho-la-la-la-la-la-la-la-la-la oh Mann, ich will wieder mal ein bisschen mehr ausrasten, weil die Waffe ist es endlich sie ist einfach kacke wer hat dieses hässige Visier auf die Ältere drauf gemacht das blockiert ein komplettes Gesicht ja Wantes, IS 3,5er? Ja bei 4er Leute, meine Waffe macht einfach keinen Schaden. Sie macht keinen Schaden. Welche hast du denn? Die, die... Irgendwie 17. Scheiße. Nee, ernsthaft, die macht gar keinen. Also ich mach eigentlich... Instant-Hitler, aber... Die hätten hier lassen. Jetzt hat sie einmal kurz Schaden gemacht. Mit die schlechteste Waffe hier in dem Game. Also in dem Gunmaster-Line-Up. Kann man das überhaupt konfigurieren? Nein. Noch nicht. Schade. Zollkasten. Der kein Schaden hätte. Ui. Ja, das ist Züchro. Nein, schon wieder. Ich erzähle jetzt nicht, wer der letzte Kill war. Du? Nein, ich doch nicht. Nein, gar nicht. Ey, geil, ich bin Dritter. Ich bin Level 1 noch. Bin letzter. Nee. Ihren Brüder hat gehustet, Jonas. Ja, mein Bruder soll das nächste Mal bitte leiser husten. Hm. Wir sind aber runterlegen. Guck mal, wir sind nur 5 Leute. Die anderen sind 6. Hm, stimmt. Ähm, ist heute irgendein Multiplikator-Tag oder so? Nein. Ach, ein LOL ist heute. Ja, LOL ist scheiße. Ja, LOL ist nicht scheiße. Ich habe irgendwie 9000 Punkte einfach so zusätzlich bekommen. Dann warst du sehr gut. Oder was der... Einfach drauf. Hä? Ja, 這 Mor ist untertitelt. Okay. Ja.